Wie bekomme ich den Instagram-Filter? Welche Disney-Figur bist du? Diese Filter mit ihren unterschiedlichen und schönen Designs haben dazu geführt, dass jeder sie mindestens einmal in ihren Videos und Fotos verwendet hat. Jetzt ist dieser beliebte Filter mit Disney-Thema einer der attraktivsten Instagram-Filter. Welche Disney-Figur bist du? Du hast bestimmt schon viele Videos zu diesem Thema auf Instagram gesehen. Und sie möchten wissen, wie sie diesen Filter erhalten und verwenden können. Und machen sie ihr eigenes Video. Gehen sie nun zum Home-Bereich, um diesen Filter zu finden. Gehen sie nun zum Story-Bereich. In diesem Abschnitt sehen sie eine Reihe von standardmäßigen Instagram-Filtern, mit dem sie ihre Videos und Fotos bearbeiten können. Aber wir wollen den Disney-Filter finden und verwenden. Scrollen sie dazu zum letzten Filter rechts, um zu dieser Suchoption zu gelangen. Klick es an. Wie sie sehen können, gibt es hier eine weitere Reihe von Spezialfiltern. Sogar Filter sind kategorisiert. Sie können alle diese Filter in ihren Geschichten verwenden. Um den Disney-Filter zu finden, suchen sie einfach in diesem Abschnitt danach. Klicken sie hier. Schreiben sie das gewünschte Wort. Ich suche diesen Filter auf Englisch, damit mehr Filter angezeigt werden können. Wenn sie mit dem Schreiben fertig sind, werden ihnen automatisch zugehörige Filter angezeigt. Wie sie sehen können, wurden viele Filter vorgeschlagen. Jetzt können wir einen dieser Filter auswählen. Wenn sie auf jedes klicken, wird es ihnen eine Vorschau zeigen. Wenn ihnen ein Filter in der Vorschau angezeigt wird, können sie auf diese Option klicken, um ihn für die spätere Verwendung zu speichern. Wählen sie nun den gewünschten Filter aus. Speichern Kehren sie zum Story-Bereich zurück. Suchen sie nun hier den Filter, den sie speichern möchten. Halten sie nun ihren Finger auf dem Filter, beginnen sie mit der Aufnahme des Videos und lassen sie sich vom Filter ihre Persönlichkeit zeigen. Sie können das Video jederzeit speichern. Sie können sich eine Runde ihres Videos ansehen. Wenn sie jetzt auf diese Option klicken, können sie dieses Video als Story veröffentlichen. Wenn sie Fragen haben, können sie in den Kommentarbereich schreiben. Wenn ihr Problem gelöst ist, liken sie bitte das Video und abonnieren sie den Kanal.